Ich würde sagen, wir gehen direkt in The Journey rein, das wollte ich unbedingt zocken und jetzt legen wir los. Ich bin sowas von gespannt und frage mich echt, was uns erwartet. FIFA 17 Story Modus, The Journey. Da, wir können jedes Team auswählen, bei dem wir starten wollen. Ich habe das ausgelost in einem Stream letztens, also nicht ausgelost, sondern abstimmen lassen. Und zwar kam raus, dass die Leute wollen, dass ich mit Arsenal spiele, aus welchem Grund auch immer. Jetzt habe ich hier Arsenal ausgewählt. Hammer Leute, FIFA 17, die Vollversion. Damn Daniel. Ich muss meinen Kopf wauen. Oh, was das? Steh auf deine Beine, Alex. Terrible. Oh, Mann! Hast du gesehen, wo es da ist? Repp, Repp! Wo ist die Fale? Ich bin Glück, Mann. Sieht wie ein Pen, du weißt? Danke, Leute. See, George, ich sagte, der Mann hatte Talent, nicht? Kein Mann, der Mann geht so, das ist schrecklich! Wenn du so sprechen, über unseren Mann, musst du weg! Weg! Ich will ihn als Spieler sein! Geh weg! Alter, was ist das für ein unmerkbarer Vater, Mann? Alles klar, die Penalte ist es dann. Heftig. Ich frage mich, dürfen wir mit Hunter selber schießen? Das ist die Frage. Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt unser erster Einsatz als Alex Hunter. der entscheidet jetzt alles. Okay. Und los geht's. Jawohl! Wir haben das Tor gemacht mit Alex Hunter. Jawohl, Leute! Nummer 9 haben wir da. Reingezimmert, reingezimmert! Nice! Da sind wir schon Arsenal-Logo. Oh! Oh! Walker, unser Kumpel. Das ist unser Opa. Der war früher mal auch Fußball-Profi. Das ist unser Opa. Der war früher mal auch Fußball-Profi. Und hier. So wie es aussieht. So wie es aussieht. So wie ich es aussieht. So wie du und ich. Du weißt, es gibt eine Unterschiede zwischen spielen und arbeiten. Du bist ernst, wenn du zu sein, wenn du zu sein, du musst dein Leben machen, du musst dein Leben machen. George Baker war in der Spiel. Er war sehr beeindruckend. Der Schau? Ja. Wie süß. Voll süß. Oh mein Gott, voll süß von dem Opa. Sieben Jahre später. Oh, wir sehen richtig cool aus und motiviert vor allem, mit Marco Reus in seinem Zimmer hängen. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Ich kann es kaum abwarten, endlich loszulegen. Ich bin echt gespannt, was uns in der Journey erwartet. Der Anfang war ja schon heftig nice. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Spitzle mit Soß.